Der Sturmheithof von Emily Brontem Gestern war ein klarer, ruhiger Frosttag. Ich begab mich, wie ich es mir vorgenommen hatte, nach Sturmheit. Meine Haushälterin bat mich, ein Briefchen von ihr an ihre junge Herrin zu befördern, und ich sträubte mich nicht, denn die würdige Frau war sich der Seltsamkeit ihres Anliegens durchaus nicht bewußt. Das Haustor stand offen, aber das Gittertor war wie bei meinem letzten Besuch geschlossen. Ich klopfte, und Earnshaw kam vom Garten herüber. Er öffnete, und ich trat ein. Der Bursche ist außerordentlich hübsch und stattlich. Ich sah ihn mir diesmal genauer an. Er thut aber anscheinend sein Möglichstes, um seine Vorzüge zu verbergen. Ich fragte, ob Mr. Hathcliffe zu Hause sei. Er antwortete, nein, aber er werde gegen Mittag zurück sein. Es war elf Uhr, ich gab meine Absicht, Kund einzutreten und ihn zu erwarten. Daraufhin warf Earnshaw sofort sein Werkzeug hin und begleitete mich wie ein wachsamer Hund ins Haus. Wir traten zusammen ein. Kathrin war dabei, für das bevorstehende Mahl einen Salat zu bereiten. Sie sah trübsinniger aus als damals, als ich sie zuerst gesehen hatte. Sie nahm keine Notiz von mir und fuhr in ihrer Beschäftigung fort, mit derselben Missachtung der einfachsten Höflichkeitsformen, wie sie das schon früher gezeigt hatte. Sie scheint nicht so liebenswürdig, dachte ich, als wie Mrs. Dean mich glauben machen möchte. Es ist wahr, sie ist eine Schönheit, aber kein Engel. Earnshaw gebot ihr, mit ihren Sachen in die Küche zu gehen. »Trag sie selber weg«, sagte sie, und zog sich auf einen Stuhl ans Fenster zurück. Ich trat zu ihr, indem ich vorgab, ich wolle einen Blick in den Garten tun, aber ich benutzte die Gelegenheit, um Mrs. Steens Briefchen in ihren Schoß fallen zu lassen. »Herten hatte mein Manöver nicht bemerkt. Sie aber fragte laut. »Was ist das?« Und sie warf das Briefchen zu Boden. »Ein Schreiben von ihrer alten Freundin in der Haushälterin auf Drosselkreuz«, antwortete ich, »beschämt, sie könne denken, der Brief sei von mir.« Nun wollte sie ihn wieder aufheben, aber »Herten« war schneller. Er nahm ihn und steckte ihn in die Rocktasche. »Mr. Hathcliffe solle ihn zuerst sehen«, sagte er. Daraufhin wandte Catherine sich schweigend ab, holte ihr Taschentuch hervor und begann zu weinen. Und ihr Vetter, der sich vergebens bemühte, seiner Weichherzigkeit Herr zu werden, zog den Brief wieder heraus und warf ihn ihr vor die Füße. Catherine raffte ihn auf und laß ihn begierig. Dann blickte sie zum Fenster hinaus nach den Hügeln hinüber und murmelte, »Wie gern würde ich dort mit Minnie umherstreifen! Wie gern diese Hügel erklettern!« »Oh, ich bin müde!« Und sie lehnte sich in den Stuhl zurück und versank in Trauer. Sie schienen weder zu wissen, noch danach zu fragen, ob wir sie beobachteten. »Mrs. Hathcliffe«, sagte ich nach einer Weile, »Sie wissen nicht, daß ich ein guter Bekannter von Ihnen bin? Ein so vertrauter Bekannter, daß es mir seltsam scheint, daß Sie sich mir gegenüber nicht aussprechen. Meine Haushalterin wird nie müde, von Ihnen zu sprechen, und sie wäre sehr enttäuscht, wenn ich ohne irgendwelche Nachricht von oder über Sie heimkäme.« Diese Worte verwunderten sie, und sie fragte, »Hat Ellen Sie gern?« »Ja, sehr gern«, antwortete ich zögernd. »Sie müssen ihr sagen«, fuhr sie fort, daß ich ihr gern den Brief beantworten würde, aber ich habe kein Schreibmaterial, nicht einmal ein Buch, aus dem ich eine Seite herausreißen könnte. »Keine Bücher«, rief ich aus, »wie bringen Sie es fertig, ohne Bücher zu leben.« »Solange ich sie hatte, habe ich eifrig gelesen«, sagte Katharine, »Mr. Hathcliffe aber liest niemals, daher kam er auf den Einfall, meine Bücher zu vernichten. Ich habe schon seit Wochen nicht eines zu sehen bekommen. Nur einmal, Ayrton, fand ich in deinem Zimmer eine Anzahl verborgene Erzählungen und Gedichte, laute alte Freunde. Ich brachte sie hierher, und du, und du ristest sie mir fort, gierig wie eine Elster nach glitzerndem Hand, nur aus Raubgier. Was hast du davon? Sie haben für dich doch keinen Wert. Vielleicht war es dein Neid, der Mr. Hathcliffe veranlaßte mir, sie zu entreißen?« Earnshaw errötete tief und stammelte eine Erwiderung. »Mr. Hathen möchte gewiß gern seine Kenntnisse erweitern«, kam ich ihm zur Hilfe. »Er ist nicht neidisch, sondern eifersüchtig auf Ihre Bildung. Er wird in ein paar Jahren ein gelehriger Schüler sein.« »Und inzwischen soll ich zu einem Dummkopf werden«, antwortete Kathrin. »Ja, ich höre ihn manchmal heimlich lesen, buchstabieren, und köstliche Fehler macht er. Ich habe dich auch gestern gehört, Ayrton, und ich hörte, wie du fluchtest, weil du die Wörter nicht aussprechen konntest.« Der junge Mann fand es ersichtlich zu gräßlich, wegen seiner Unwissenheit verlacht zu werden. »Du solltest lieber den Mund halten«, antwortete er hitzig, und er schritt hastig zur Tür. Ehe er aber die Schwelle übertreten hatte, begegnete ihm Mr. Hathcliffe. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte »Was soll's, mein Junge?« »Nichts, nichts«, sagte er und stürzte davon. Hathcliffe blickte ihm nach und seufzte. »Sonderbar«, sagte er leise, »er wußte nicht, daß ich hinter ihm stand. Wenn ich in seinem Gesicht die Züge seines Harters suche, finde ich sie, nur sie, wie ähnlich er ihr ist. Ich kann seinen Anblick kaum ertragen.« Er blickte zu Boden und trat trübsinnig ins Zimmer. Sein Gesicht trug einen unruhigen, besorgten Ausdruck, den ich früher nicht bemerkt hatte. Er sah überhaupt angegriffen aus. Seine Schwiegertochter, die vom Fenster aus sein Kommen wahrgenommen hatte, flüchtete sogleich in die Küche. Ich blieb also allein mit ihm. »Ich freue mich, Mr. Lockwood, Sie wieder wohl aufzusehen«, sagte er, meinen Gruß erwidert. »Theilweise aus selbstsichtigen Gründen. Ich würde in dieser Einsamkeit Ihren Verlust sehr vermissen. Ich habe mich mehr als einmal gewundert, was Sie hierher geführt hat.« »Eine bloße Laune, Herr,« war meine Antwort, »wie eine Laune mich wieder wegblasen wird. Ich werde in nächster Woche nach London abreißen, aber ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß ich mich nicht in der Lage, Sie erdrosselkreuz nach Ablauf des vereinbarten Einen Jahres noch länger zu übernehmen. Ich glaube, ich könnte nie wieder hier hausen.« »O wirklich? Sie sind Ihre Verbannung also überdrüssig?« sagte er. »Wenn Sie aber etwa gekommen sind, um einen Erlass der Miete zu erwirken, so war Ihr Ausflug gut nutzlos. Ich werde Sie keinesfalls von Ihren Verpflichtungen entbinden.« »Ich bin durchaus nicht in diese Absicht hergekommen,« rief ich, unangenehm berührt. »Wenn Sie wünschen, rechnen wir auf der Stelle ab.« Und ich zog meine Brieftasche heraus. »Nein, nein,« erwiderte er kühl, »sollten Sie nicht mehr wiederkommen, so ist hier noch immer genug, um Ihre Schulden damit zu decken. Ich habe es nicht so eilig. Setzen Sie sich und essen Sie mit uns. Ein Gast, von dem eine Wiederholung seines Besuches nicht zu erwarten ist, kann auf gut willkommen rechnen. Katharine, bring das Essen. Wo bist du?« Katharine kam und brachte Messer und Gabeln. »Du kannst in der Küche essen,« krollte er sie an, »und dort bleibst du, bis er gegangen ist.« Sie gehorchte seinen Anordnungen sehr prompt. Wir hielten ein ziemlich trübsinniges Mal, Mr. Hathcliffe, Herthen und ich. Ich verabschiedete mich dann und beabsichtigte, an der Küche vorbeizugehen, um Katharine noch einmal zu sehen. Aber Herthen bekam Befehl, mein Pferd vorzuführen, und mein Wirt selber geleitete mich zur Tür. So konnte ich mein Vorhaben nicht ausführen. »Wie trüb und öde ist das Leben dort im Hause,« dachte ich, als ich heimrit. Wie romantisch wäre es gewesen, hätte es Mrs. Linden Hathcliffe erscheinen müssen, wenn Sie und ich uns in einander verliebt hätten und in das flutende Leben der Großstadt geeilt wären. The April Bunt Army and the Protein »ja?« »Junger« »Junger« » »Junger« Vielen Dank.